Mein Name ist Anja Heckmann, ich bin Schulleiterin der Christophorus Schule und wir haben heute einen total guten Flashmob gemacht hier mit unserer Schule. Im November sind wir in die Planung gegangen und haben überlegt, wir müssten eigentlich mit unserer Schule mal den Weihnachtsmarkt beglücken, wenn hier gerade keine tolle Aktion ist von den Schaustellern. Am Nachmittag haben wir gesagt, so jetzt kommen wir und wir nehmen unsere Kinder und haben dann zwei tolle Lieder eingeübt und die haben wir jetzt heute zum Besten gegeben. Ja hallo, mein Name ist Marion Schwarte, ich bin Musiklehrerin an der Christophorus Schule in Vechter und wir haben ja heute diesen schönen Flashmob gehabt, der natürlich mit ganz schönen Liedern gesungen wurde und diese Lieder sind alle von uns allen und allen Lehrern zusammengetragen worden. Also da war nicht nur einer beteiligt, sondern es ist immer wichtig, dass so eine musikalische Grundschule mit dem ganzen Kollegium getragen wird. Ja wir hatten fast 100 Prozent Beteiligung mit Schülern, die Eltern waren da, es war sehr voll und lebendig und es klang gut und es hat alles prima geklappt und wir sind zufrieden. Ruhes Weihnachten! Vielen Dank!